hallo liebe studentin hallo lieber student in unserem deutschkurs a1 bis a2 zum thema essen und zwar fein feines essen auch hier fein gesundes essen eine collage aus dem garten frisches aus dem garten äußern sie dazu ihre gedanken versuchen sie gesund zu leben sich gesund zu ernähren frische luft zu atmen und auch sollten sie einen garten haben die tätigkeit im garten kräftigt den körper neben dem gesunden essen ich wünsche ihnen viel spaß beim deutsch lernen und auch beim bewussten gesunden essen das heute leider vielfach vernachlässigt wird tschüss tschüss